Oh, ist das eine geile Qualität. Hast du eine neue? Ja, ja, ich habe eine neue. Ich bin die neue. Hallo? Wie geht das dir? Wen? Der neuen. Ja, ich habe eine neue Kamera nicht. Das ist immer noch die alte, die habe ich nur wieder jetzt ausgekramt nach über einem Jahr Pause. Das ist aber die letzte, die wir gekauft haben. Das ist diese scheiß teure Kamera. Die arme Kamera. 590 Euro. Ich habe keine Ahnung, warum die so teuer war, ehrlich gesagt. Jetzt sind die wieder billiger. Jetzt gibt es schon zwei danach. Welche war das hier? Ach, elf. Nee, eine danach. Meinst du, Lungen hat sich gefreut? Ich bin heute Morgen so ein bisschen sauer. Was meinst du, Frau Schuss? Boah, es sieht schlimm aus. Bin ich alt geworden. Oh, Kinder, es tut mir leid. Ich bin nicht mehr ansehnlich. Ihr müsst jetzt... Ich bin... Mit der Jugend. Achso. Du müsst jetzt leider mit der Jugend vorlieb nehmen. Ja, ich übernehme die Kamera an meine Jugend. So, da legen wir einen Filter drüber nachher, dann sieht das auch gut aus. Das ist dicker und smiley. Das ist ein smiley. Gut. Kannst du das mal filmen, wie sie gerade guckt? So, nochmal. Ich bin jetzt so gut guckt. Nochmal. Wo gehen wir jetzt essen? Was hast du gesagt? Nee, ich habe überlegt. Also entweder wir gehen... Nochmal versuchen, ein paar Jackpot... Jackpotpunkte abzugrasen. Oh ja, ernst gerade? Ich habe noch eine weitere Straße gekriegt. Jetzt fehlen jetzt noch zwei Sticker, dann kriegen wir das Auto. Wir haben ein Auto jetzt. Was verkaufen wir denn? Welches Auto? Von was redet man mal? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht machen wir das. Oder wir gehen jetzt zu Becca Junge. Nö. Nö. Ich will Jackpotpunkte. Ich bin erstmal zu lieb. Wollt ihr auch Jackpotpunkte? Ihr wollt Jackpotpunkte? Wir sehen uns bei den Jackpotpunkten! So, wir gehen jetzt zusammen zu McDonalds und werden jetzt das Auto gewinnen. Wenigstens. Wenn nicht so eher das Haus. Und ihr seid jetzt live dabei. Also live seid ihr nicht dabei, ihr seid dabei. Oder eben auch nur eine Flasche Pommes. Nee, warte, das ist Geld. Achso, Geld. Geld ist langweilig, kann man nicht... Ja doch, Geld. Wir nehmen auch die 5 Euro. Also wenn wir Geld gewinnen, dann ja nur die 5 Euro, den 5 Euro Gutschein, weil 100.000 ist ja Quatsch. 5 Euro. McDonalds Monopoly, wir sind dabei. Unsere Sofortgewinder wurden übrigens von McDonalds wieder einkassiert, weil wir es nicht wert sind. Weil wir sie nicht innerhalb von 8 Tagen eingelöst haben. Nur für jeden zur Info. Sofortgewinder, sofort einlösen. Weil ansonsten nach 8 Tagen verfallen die tatsächlich. Also wir hatten da schon ein paar und die sind... Einfach weg. Einfach weg. Ne? Bis gleich. Pack für ein Regenwetter. Ja. Ich glaube, die habe ich trotzdem gewonnen. Achso. Cool. Mit Checkpoint. 100.000 Euro. In der Küste. Vielleicht beim nächsten Mal. Wie immer. Ne. Neun. Acht bis zum Reichtum. Sieben bis zum Reichtum. Sechs. Fünf. Drei. Zwei. Eins. Reich. Naja. Müsst jetzt erstmal ermittelt werden. Oh, mal lose. Mal machen. Was halt auch hier ist das nirgends? Eine Chance nochmal. Wir kommen nie wieder. Ja. Noch eine. Von nur wegen der Gewinne. Zum Trauer ist es ja zu dir. meine mutter besuchen noch einen schein traumreise fehlt uns ein handy wenn die ruhig nicht den haben wir dreimal schon ist aber schnitt auch nicht das haus und ins kinder schenken das macht keinen sinn ich glaube ich komme einfach nur wegen dem frühstück her wenn man sagen frühstück bei mcdonalds ist ja nicht so verkehrt war der kaffee süd und dieser körper brot das ist auch nicht schlecht wesentlich sünder wahrscheinlich als das andere zeug am nachmittag